Hey, hey, hey! Christian Oliver hier. Ihr kennt mich als Jan Richter. Herzlichen Glückwunsch für die Cobra und alle Mitarbeiter, alle die an der Cobra immer mitgearbeitet haben, die ganzen Schauspieler. Ich bin riesig froh und stolz, dass ich ein Teil der Cobra bin und immer sein werde. Herzlichen Glückwunsch und ganz besonders an alle Fans, Cobra 11. Vielen Dank.